Ich bin Bruno Bremer, Can Raj, ich bin 14 Jahre alt. Mein Name ist Inga Bach, ich bin Laura Blum, ich bin 22 Jahre alt. Hallo! Ich bin Lukas Pletze. Ich bin Marie Gillhaus. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin 18 Jahre alt. Meine Frage ist ... Meine Frage ist ... Meine Frage ist ... Und ich wollte wissen ... Wir wollten es dann. Warum in der Politik momentan so sehr gegen die Ausländer gehetzt wird. Warum die NPD ihre Wahlplakate hier hinhängen darf. Warum wurde das Abitut von 13 auf 12 Jahre gekürzt? Warum die Hauptschule und die Realschule zusammen gemischt werden. Warum ist es schwer, trotz abgeschlossenem Studium einen Arbeitsplatz zu finden.